Es handelt sich um Fadi Krasnitschi, geboren am 6. Juni 1974 in Stenos, im Landkreis Rauwitsch. Ich meine, das schockiert einen natürlich zutiefst. Vor allen Dingen, wenn man die Geschichten hört, die sich jetzt um diese Morde ranken. Und wir haben ja gerade gesehen, er hat gerade seinen Neffen gefunden, den er seit Mai vermisst. Das trifft einen schon. Freitag bei Sopja. Ein anderes Dorf, dieselbe grausame Geschichte. So, nicht in die Wiese drehen. Wir haben eine Trittspur hier. Wir hatten unseren Patrouillenauftrag. Und dann haben wir in dieser Richtung 20 ein Ehepaar gefunden. Was jetzt festgestellt wurde von der MP, sich wohl definitiv dort getötet oder in diesem Bereich getötet wurde. Der Torsus der Frau ist bis zur Hälfte verbrannt, ab Kopf. Der Mann selber ist noch in der Funktion. Man sieht wohl einen Schuss im Nacken. Der Unterschied zu anderen Fundstellen, die Leichen sind noch frisch. Die Frau und ihr Mann, so berichten Überlebende, sollen erst am Mittwoch von abziehenden serbischen Soldaten erschossen worden sein. 18 weitere Dorfbewohner werden seither vermisst. Die NATO hat heute den Luftkrieg offiziell für beendet erklärt. Das bedeutet nicht, dass auf dem Boden schon Friede wäre. Noch lange nicht. Der Krieg ist zu Ende, aber gekämpft wird im Prisseren noch immer. Verbissen. Buchstäblich Haus um Haus. Rauch vernebelt die Altstadt. Gebäude, in denen einst Serben wohnten, werden von Albanern systematisch angezündet. Deutsche Fallschirmjäger greifen ein. Mit einem Gartenschlauch. Das serbische Haus war gerade von albanischen Flüchtlingen besetzt worden. Die ebenfalls albanischen Brandstifter nahmen darauf keine Rücksicht. Es kam alles so plötzlich. Wir haben drinnen gesessen und Kaffee getrunken. Dann zündeten sie unser Haus an. Wir konnten uns gerade noch retten. Inzwischen ist die albanische Feuerwehr eingetroffen. Zu spät, wie immer. Plötzlich zerreißt die Stromleitung. Soldaten und Reporter rennen um ihr Leben. Alltag im Kosovo. 4000 Bundeswehrsoldaten sind inzwischen im Prisseren stationiert. Zu wenige für eine Stadt voller Hass. Stellen wir es dann erst fest, wenn das draußen brennt. Ansonsten, wenn wir den Brandstifter haben, wird das festgenommen. Alles Weitere machen dann die Feldjäger. Die Militärpolizei hat ihr Hauptquartier im Zentrum von Prisseren. Eine Insel der Sicherheit in einem Meer aus Anarchie. Hunderte Menschen stehen hier täglich an, um Plünderungen anzuzeigen, gestohlene Autos zu melden oder um Bauholz für die Dachreparatur zu erbitten. Sie können Material kostenlos empfangen und die Aufbauarbeit, die müssen sie selbst leisten. Das geht nicht anders. Wir können keine Arbeiter bezahlen. Unter Schreinern oder sowas? Auch kein Schreiner, nichts. Gar nichts. Dann müssen sie ihre acht Personen helfen. Die Feldjäger spielen nicht nur Samariter, sondern auch Sondereinsatzkommando. Was die Patrouillen so gefährlich macht, Prisseren ist nicht nur voller Hass, sondern auch voller Waffen. Die Soldaten müssen bei jedem Einsatz mit dem Schlimmsten rechnen. Auch das Gefängnis wird inzwischen von der Bundeswehr verwaltet. Und wie? Von rund 200 Häftlingen, die es derzeit im fünfzonigen Kosovo gibt, sitzen die meisten im Bundeswehrsektor ein. Dort gilt deutsches Recht. Jedenfalls theoretisch. Die häufigsten Fälle beschäftigen sich mit Diebstahl, Plünderung und Hausfriedensbruch momentan. Vor allem aber bei verlassenen serbischen Äußern durch Kosovo-Albaner. Und die schlimmsten Fälle? Die schlimmsten Fälle? Mord, Vergewaltigung, Verschleppung. Allein zwei bis drei Morde werden täglich gemeldet. Bei 40.000 Einwohnern wohl Weltrekord. Für die Feldjäger bedeutet das ungewohnte Polizeiarbeit. Der nächste Einsatz führt ein paar Kilometer aus der Stadt heraus. In einem Vorort von Priserin ist ein Leichenfund gemeldet worden. Die Feldjäger müssen den Tatort untersuchen. Sie finden einen jungen Mann, der erst kürzlich aus nächster Nähe erschossen wurde. Der halbe Schädel ist weggesprengt. Wir wollen eigentlich die Pioniere dazu bitten, weil wir nicht genau wissen, ob irgendein Zünder da unter ist, ein Druckzünder. Denn wenn wir ihn hochnehmen, kann das sein, dass da irgendwas unterliegt. Lassen wir ihn erstmal liegen, wir machen die äußere Aufnahme, nehmen den EUD dazu, lassen ihn nochmal kurz abchecken und dann machen wir den Rest. Die herbeigerufenen Pioniere haben ein Seil an der Leiche befestigt und ziehen sie vorsichtig zu sich heran. Eine im Kosovo übliche Form der Bergung. Allzu oft haben die Mörder auch noch Sprengfallen unter ihre Opfer gebaut. Ein paar Kilometer entfernt bergen Sanitäter im Schutz von Kampfpanzern einen verletzten Gefangenen der UCK. Der Mann, ein Roma, war auf dem Fabrikgelände festgehalten und gefoltert worden. Wie die UCK-Kämpfer glauben, aus gutem Grund. Leute von diesem Dorf glauben, er ist gewesen, was Polizist und von diesem Dorf 120 Leute, 120 Leute schon massakriert und verbreinert. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Im moslemisch-orthodoxen Kosovo gilt in der Praxis das alte Testament und nicht das deutsche Strafrecht. Prisrin ist nahezu serbenrein. Im orthodoxen Kloster haben sich noch 140 Menschen versteckt. Zu schwach oder zu arm zur Flucht. Ein Kieler Arzt sorgt sich um sie. Wir haben jetzt hier einen der Schlafseele, in dem insbesondere die alten Leute untergebracht sind. Wir haben zum Teil wird in diesem Schlafsaal eben auch gegessen. Hier auf der linken Seite oder wie Sie sehen an den Betten. Wir haben vorhin gerade einen Notfall gehabt. Eine Martellinlekorgen? Ja, dass ein Mann eine Herzattacke hatte. Also diese Personen schlafen zum Teil zu zweit in einem Bett. Also in diesen Betten, in diesen zwei Betten schlafen vier Personen. Könnten die Leute aufgrund des Gesundheitszustandes überführen? Nein, ich denke nicht. Also ich denke, Sie sehen den Zustand. Also auch der Weg von 80 oder 120 Kilometern wäre nicht gut. Dazu kommt einfach die Angst der Menschen hier, dass sie unerwünscht sind. Sie wissen auch in Serbien nicht wohin. Es ist ja nicht so, dass Sie heim ins Mutterland kommen können, sondern Sie sind unerwünschte Serben aus dem Kosova. Meiner Meinung nach eben Serben zweiter Klasse. Bei Nacht steigt die Zahl der Zwischenfälle sprunghaft an. Die Bundeswehr hat zwar eine Ausgangssperre verfügt, aber sie kann unmöglich jeden Winkel der Stadt kontrollieren. Per Telefon gehen immer wieder Notrufe ein. Meist anonym, aus Angst. Der Übersetzer hat eine Frau am Telefon, die über Plünderungen in ihrem Wohnblock berichtet. Aufbruch, wieder ins Ungewisse. Die Streife ist mit Schutzwesten, Pistolen und Sturmgewehren ausgestattet. Auf einem der Geländewagen ist zudem ein schweres MG montiert. Der Sturm der Wohnung ist inzwischen eingespieltes Teamwerk. Der mutmaßliche Plünderer war zwar mit einer Pistole bewaffnet, hat aber angesichts der waffentechnischen Übermacht keinen Widerstand geleistet. Komm hoch. Komm hoch. Aufstehen. Komm hoch. Komm hoch. Ganz ruhig. So, hier. An die Wand. An die Wand, bleibst du stehen. Da, lass du stehen. So. Er sagt auch, I'm sorry, I'm sorry. Es tut mir leid, es tut mir leid. Frage, was deine Wohnung ist hier. Macht ihr eigentlich Angst dabei? Das war ja ziemlich spannend. Wir sind ja keine Rembus. Ja, spannend ist das auch nicht. Klar, wir haben es dabei. Wir sind zwar darauf vorbereitet, aber trotzdem focht das Herz in der Halsschlagade. Noch ist die Schicht der Feldjäger nicht zu Ende. Diesmal rücken zur Absicherung auch Schützenpanzer aus. Die Soldaten wollen ein früheres Motel am Stadtrand durchsuchen, das inzwischen der UJK als Quartier dient. Die UJK-Leute sollen, so die Informationen der Feldjäger, auf dem Gelände Gefangene illegal festhalten. Wir suchen hier nach eins, wahrscheinlich zwei Personen, wo wir von den Zivilisten den Tipp gekriegt haben, dass sie sich hier befinden sollen und bis Mitternacht eigentlich umgebracht werden sollten. Und deswegen sind wir eigentlich nur hier. Die UJK-Kämpfer geben sich ahnungslos und die Durchsuchung fördert keine Gefangenen, aber jede Menge Waffen zutage. Sturmgewehre, die auch nach dem Friedensabkommen als leichte Waffen legal gehortet werden dürfen. Ohne eingreifen zu können, rücken die Feldjäger wieder ab. Zu ihrem nächsten Einsatz, Nacht für Nacht, eine Sisyphos-Arbeit.